Herzlich willkommen zum Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Erini und ich habe heute einen spannenden Gast für euch. Also dranbleiben. Mein heutiger Gast ist Markus Kutscheber. Hallo Markus. Servus Oliver. Gratuliere, dass du meinen Namen richtig ausgesprochen hast. Vielen Dank. Ist das so wie bei Erini? Geht es dir da auch so? Ja, genau gleich. Und das geht ja. Dass ich sofort deine Aufmerksamkeit habe. Und wenn es dein Name dann auch schon für jemanden macht, ist es natürlich herrlich. Ja. Du bist Unternehmer mit einer Immobilienfirma, Car.Leving, dann Car.Training, wo du Verkaufstrainings machst und Coachings und du unterrichtest auf der Uni und du investierst in Startups. Hat man da noch Zeit zum Leben? Es ist das Leben und das Leben besteht nicht aus Arbeiten, sondern ich habe mir gedacht, dass ich das Leben kreiere, was ich mir wünsche und rundherum mache ich meine Tätigkeit, meine Beschäftigung. Also Arbeiten ist der eine Teil und Leben ist der andere Teil. Also bei dir gibt es diese Trennung nicht. Nein, weil bei mir arbeiten alle mit. Also bei mir arbeitet die dreijährige Tochter mit, wenn wir kuvertieren. Bei mir arbeitet meine Frau mit. Bei mir arbeiten bekannte Freunde mit. Aber es ist nicht immer. Es ist nicht so, dass ich 100 Stunden arbeite. Das habe ich früher gemacht und bin draufgekommen, dass das nicht sinnvoll ist. Es gibt ja bekanntlich ein Leben vor dem Tod. Und vor der Pension, glaube ich. Muss man in Österreich dazu sagen. Definitiv, ja. Da gibt es ja leider diese Pensionsfalle, wo ich auch ganz gerne immer drauf reingehe, dass die Leute immer nur warten. Ich bleibe jetzt in der Mühle noch zehn Jahre und dann. Ja, vielleicht erreiche ich es gar nicht. Vielleicht sterbe ich heute schon. Das kann ja auch sein, ne? Ja, ich habe ja gesagt, wenn ich eine Autobiografie schreibe, dann steht da drauf an Pension. Habe ich nie gedacht. Das wäre der Titel meiner Autobiografie. Sehr schön. Ich habe ja, jetzt war ja Quarantäne und ich habe ja Quarantäne-Lektüre gehabt. Also sehr passend. Ich habe von Stephen King das letzte Gefecht gelesen, wo ja durch eine Grippepandemie die Menschheit ausgelöscht wird. Also da habe ich mir gedacht, das muss jetzt sein, weil das war einer der Kings, die mir noch fehlt. Und auf meinem Nachtkastl ist dann auch noch dein Buch gelegen. Ich zeige das mal in die Kamera und ich werde es auch einblenden. Das Buch Bestseller. Mein Buchautor bist du auch noch. Und ich habe das irrsinnig inspirierend und spannend gefunden. Und das Erste, das mich interessiert, du hast da drinstehen, Erfolg ist Abfall. Kannst du da was drüber sagen? Ja, prinzipiell ist dieses Buch entstanden, weil ich ja als Seminarteilnehmer auf der Suche war nach einem Verkaufsleitfaden. Und ich habe mir hunderte Trainer ausgesucht. Damals war ich angestellt bei einer Versicherung und ich habe es nicht gefunden. Ich habe den perfekten Leitfaden nicht gefunden. Erst beim Saber-Tun bin ich draufgekommen, aha, so könnte es funktionieren. Und diese Thesen, die ich aufgesetzt habe, sind eher frech, eher um die anderen Trainer und Coaches, die glauben zu wissen, wie es geht, durch den Kakao zu ziehen. Auf eine nette Art und Weise. Erfolg ist Abfall. Heißt ja nichts anderes, als es fällt ab. Also den Erfolg zu visualisieren, macht ja überhaupt keinen Sinn aus meiner Sicht, sondern einfach das Tun, wofür du stehst, was dir taugt, was dir Spaß macht, was deinem Potenzial entspricht, was deiner Vision entspricht, aber nie einem Ziel. Die meisten arbeiten ja an einem Ziel und das funktioniert dann meistens nicht so gut. oder sie erreichen das Ziel und sind zufrieden, wie sehr viele. Und Zufriedenheit ist ja gefährlich aus meiner Sicht. Und deswegen fällt Erfolg ab. Und du weißt ja im Vorhinein nicht, was abfällt. Und wenn du mit diesem Gedanken in den Tag hineingehst, in deinen Vertriebsalltag, Unternehmeralltag, dann wirst du irrsinnig dankbar, was immer abfällt. Ich habe vor einem Jahr oder zwei Jahren den James Cosmo kennengelernt, Schauspieler von Game of Thrones, da hat er den Chef der Nachtwache gespielt und bei Braveheart mitgespielt. Ein alter britischer Schauspieler. Und ich habe ihn auch gefragt, wie das jetzt so ist, im Alter so einen Starroom auf einmal zu kriegen über diese Fernsehserie. Und der hat gesagt, naja, you just do what you do and whatever comes along, comes along. Ich fahre dir noch gerade ein, die Geschichte von Tobi Becker, ein Kollege von mir. der hat einmal, der hat bei der, der hat als Steward gearbeitet, bei der Lufthansa. Und der hat den Michael Jackson irgendwann einmal getroffen in der Business Class oder First Class und hat ihn gefragt, wie geht Erfolg, wie kann man sich das vorstellen, wie kann man sich das erarbeiten. Und der Michael Jackson hat irgendwie gesagt, listen, I just love music. Also tu einfach das, was dir entspricht, was dir Spaß macht, was dir taugt. Ich muss ja nicht immer Spaß machen. Ich tue ja auch sehr viele Sachen, die jetzt im ersten Moment nicht Spaß machen. Aber das große Ganze macht einfach Sinn. Deswegen bin ich sinnvoll beschäftigt und denke natürlich halt nicht an Pension. Weil wenn du in der Pension sinnvoll beschäftigt bist, dann bist du ja nicht in der Pension. Also jetzt reden wir schon wieder Pension, aber es ist ja schon interessant, weil dieses Konzept der Pension meines Erachtens noch ein irrsinnig, es ist ein nettes Konzept, also ich finde das mal schön, aber das, was mich so aufstößt, ist einfach, ja bleib brav, mach das, dass du brav bleibst und dann sorge ich wieder für dich. Also das ist so ein staatliches Belohnungssystem, das uns in gewissen oder viele in einer gewissen Mühle einfach drinnen hält. Alleine diese Angst, diese Warnung, irgendwann kannst du nicht mehr für dich sorgen und irgendwann muss wer auf dich schauen, ist ja schon, ist ja schon bedenklich zumindest mal, aus meiner Sicht jetzt und auch energetisch bedenklich. Es ist natürlich in unserer ganzen Erziehung, in der Gesellschaft, in der ganzen Morale, wie wir auch erzogen werden, wie das Schulsystem aufgebaut ist, mit diesen Belohnungen und Bestrafungssystemen, das funktioniert ja in der Realität nicht. Also in meiner Realität. Bei meiner Realität ist es so, da kommt ein Vertriebsleiter, ein Geschäftsführer mit 30 Verkäufern und er sagt, machen wir Umsatz. Er braucht verdoppelten Umsatz. Er möchte zehnfachen Umsatz machen. Und es geht nicht mit Belohnung und Bestrafung. Zum Beispiel, ich habe zehn Projekte, wo der Geschäftsführer gesagt hat, wir verzichten auf Provision, jeder ist gleich und wir arbeiten einfach. Und es gibt keine Provisionen, wenn ich dir jetzt ein Stückchen mehr verkaufe oder weniger als unser Unternehmensziel. Was ist passiert? Die haben den Umsatz verzehnfacht und das, was übrig geblieben ist, wurde verteilt auf alle. Und das ist ein geiles Konzept, weil wenn ich jetzt meine Tochter belohne oder bestrafe, sie wird es schon tun, aber sie macht es nicht gerne und sie weiß auch nicht, warum. Und das ist sehr, sehr kritisch. Und wenn eine Gesellschaft so funktioniert, sei brav und sei artig. Ich lerne meiner Tochter, dass sie nicht brav sein soll. Ich sage meiner Tochter nicht, dass sie leise sein soll. Sie ist jetzt drei. Ich sage, Mimi, schrei so laut, du kannst. Sei gefährlich. Und nicht habe Angst. Und nicht sei vorsichtig. Und nicht pass auf. Also diese Glaubenssätze am Ende des Tages kommen sie auf das raus. Ich habe ja Gott sei Dank nicht so viele komische Glaubenssätze bekommen, weil ich ja sehr früh von meinem Vater getrennt worden bin und eigentlich alleine aufgewachsen bin, ab 13, weil ich in einem Internat war, in einem Tennisinternat und ich mir selber Dinge angeeignet habe vom Spitzensport. Und eines davon war, sei laut, sei gefährlich, weil der andere hat Angst vor dir. Und deswegen, wenn wir jetzt in die U-Bahn gehen mit meiner Tochter, normalerweise haben wir Kinder Angst vor anderen Menschen. weil sie werden ja so erzogen, red keine Leute an, sei leise, sei vorsichtig, übrigens Geld stinkt, diese ganzen Sachen. Und ich sage meiner Tochter, geh rein in die U-Bahn und sei gefährlich. Ich bin gefährlich. So geht es ja auch hin zu den Leuten. Die Schrecken sind natürlich völlig verschrocken, weil sie Angst haben. Sogar Angst vor sich selbst. Und das ist da irrsinnig lustig am Ende des Tages. Sehr viele verstehen das auch, den Spaß. Und vor allen Dingen hat meine Tochter keine Angst. Und um das geht es. Gerade in Zeiten wie diesen, dass man keine Angst hat vor anderen Menschen. Und das ist im Verkauf oder mit Verkäufern und Vertrieblern meine Hauptsorge, dass sie Angst vor anderen Menschen haben. Angst, sie anzusprechen, Angst, sie anzurufen. Und das muss nicht sein. Also du warst relativ jung. Ich glaube, die ersten acht Jahre oder so warst du in Amerika. Und gibt es da einen Unterschied von der amerikanischen Herangehensweise jetzt, wie du das in Österreich erlebt hast? Beziehungsweise haben dir diese Wurzeln auch, also auch die jüdische Herkunft, hat dir das was mitgegeben, wenn du jetzt wieder zurückkommst nach Österreich? Oder wie du zurückkommst? Eigentlich nicht. Eigentlich bin ich völlig entwurzelt gewesen als Kind. Also schon von der Geschichte von meinem Vater her, der ja den Zweiten Weltkrieg auf mysteriöse Weise überlebt hat. Bin ich in New York, mein Vater war dann 52, wie ich auf die Welt gekommen bin. Also auch das war so ein bisschen schwierig für mich, weil da war ja mein Opa in Wahrheit. Bin in New York aufgewachsen, in New York City, in Manhattan. Wenn ich das, wenn ich mir erzähle, sagt jeder, wow, wow, so toll, so toll. Mein Vater hat am Broadway gearbeitet. Und alles so klasse und so klasse. Für mich war das nicht klasse. Für mich war die amerikanische Kultur, dieser Mindset, war Schein, war Lug und Trug, war nur, alles ist super, alles geht, alles ist möglich. Und dann, wie wir nach Österreich gekommen sind, nach Traunkirchen, am Traunsee, wo der Lehrer Lederhosen getragen hat, da war nichts möglich. Es war alles furchtbar, es war alles negativ, es war nichts geht. Das heißt, diese zwei Kulturen, die waren für mich so, so ganz, ganz schwierig. Und ich, ich habe mich einfach entschlossen, mich keiner Kultur irgendwie, oder keiner Religion irgendwie, anzuhängen, sondern zu sagen, ich mache mir mein eigenes Mindset, ich mache mir meine eigene Kultur, weil beides, ist nicht gut. Also ich habe relativ schnell gesehen, dass eine Gesellschaft, eine Kultur, etwas Schlechtes ist. Für den Erfolg, für mich als Tennisspieler damals, weil in Amerika haben sie gesagt, du kannst alles erreichen, hat nicht gestimmt. Und in Österreich haben sie gesagt, du kannst nichts erreichen, hat auch nicht gestimmt. Und deswegen habe ich da so meinen Weg, irgendwie selber, bin ich da drauf gekommen, wie das Leben funktioniert. Und dementsprechend hat mir das sehr viel geholfen, in meinem jetzigen Job. Und wenn ich Menschen helfe, wenn ich Menschen unterstütze, hilft mir das immens, einfach diese Kultur auszublenden, diese Glaubenssätze auszublenden, sondern zu sagen, jetzt konzentrieren wir uns nur auf dich, was ist dein Potenzial, was kannst du. Und fahr da durch, wurscht, was die anderen sagen, wurscht, was die Familie sagt, wurscht, was der Partner sagt. Also, das, das macht sich jetzt leicht an, aber das war ein sehr, sehr steiniger Weg, ja. Deinem Buch im Bestseller, das hat mich überrascht. Wie kommst du zu der Aussage, alles ist Verkauf? Jeder ist Verkäufer. Jeder ist Verkäufer. Also, bin ich drauf gekommen, also ich habe sehr viele Jobs gemacht. Lastwagenfahrer, Parkkeeper, Tennislehrer, Skilehrer, Versicherungsvertreter. Und das hat nicht so richtig funktioniert, ich war aber auch nicht ganz schlecht. Und ich habe dann so einen Tiefpunkt gehabt, wie ich keinen Job bekommen habe, noch ein Studium, habe ich keinen Job gekriegt. Ich habe 150 Bewerbungsschreiben geschrieben, habe keinen Job bekommen. Und ich habe nicht gewusst, was los ist. Und dann habe ich mich beschäftigt mit Psychologie, ich habe mich beschäftigt mit Philosophie, mit Soziologie. Wie geht es? Kaufen. Nicht verkaufen. Nicht, wie verkaufe ich es dir, sondern was ist es, was du bei mir kaufst? Das ist einfach umgedreht. Weil ich wollte einfach wissen, wie das funktioniert. Das war spannend. Ist es heute noch? Gibt es kein richtig und falsch? Gibt es kein, so geht es immer. Aber es gibt das Verplankensystem, was dich halt bewegt. Und wie ich meine Frau kennengelernt habe, also damals, wie Astrid gesehen habe, habe ich gesagt, das ist meine Frau. Und ich habe ihr das erklärt und sie hat gesagt, nein, das stimmt nicht. Also ich habe gesagt, ich bin der Richtige für dich. Du weißt es nur noch nicht. Und sie hat gesagt, ja, du spinnst ein bisschen. Ich sage, ja, sicher. Ja, ich spinne hundertprozentig. Und das ist einmal die erste Geschichte, auf die ich draufgekommen bin, wenn ich einen Menschen überzeugen will. Wir spielen ja ein Spiel, wer hat recht. Das spielen wir die ganze Zeit. Wer hat recht. Und die Lösung ist, gib dem anderen einfach recht. Im Gefühl, in der Emotion, gib ihm recht. Und sie hat dann gesagt, nein, das geht nicht, weil ich habe einen Freund. Sag ich, das macht ja nichts, dass du einen Freund hast. Ich habe auch einen Freund. Du bist ja nicht verheiratet, oder? Und so bin ich halt draufgekommen, dass ein Aufreißgespräch ein Verkaufsgespräch ist. So, jetzt zum Beispiel, wenn meine Tochter um 3.30 Uhr aufwacht in der Früh, schreit sie so laut, wie nur geht, weil sie will, dass ich hier die Windel wechsle. Sie ist Verkäuferin. Und sie weiß als Verkäuferin, dass der erste Schritt im Verkauf ist die Aufmerksamkeit. Das beherrschen Kinder wunderbar bis zum 6. Lebensjahr und dann in der Schule heißt es, sei leise, dann wird das abgedreht. Und ich sage immer, wenn du was brauchst, wenn du was willst, schrei so laut, schrei so laut, das geht. Mach aufmerksam. Und dann fang an zu fragen und dann schließ ab. Das ist so, das macht jeder. Also jedes Bewerbungsgespräch ist ein Verkaufsgespräch. Unlängst bin ich bei Suben vorbei in der Nacht über die Grenze. Kommt der Polizist in Zivil, also mit der Zivil, Sirene, halt mir auf. Jetzt bin ich Verkäufer. Ich muss ihm verkaufen, dass ich meinen Führerschein behalte. Er muss mir verkaufen, dass er mich straft. Und da gibt es ja Gesetzmäßigkeiten. Und ich habe den Führerschein nicht abgegeben. Obwohl er mich hätte straft, also gestraft hat er mich, aber er hätte meinen Führerschein auch nehmen können. Und das ist jetzt die Frage, wie macht man das? Und der Mindset ist nicht, wie setze ich mich durch oder wie gewinne ich, sondern der Mindset ist, wie können wir gemeinsam kooperieren, dass du das kriegst, was du brauchst und ich das kriege, was ich brauche. Und ich habe ihm das einfach erzählt. Ich habe gesagt, Schanz, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich zu meiner Tochter komme, weil ich bin Kindergartenbeauftragter, ich muss sie um halb acht in den Kindergarten führen. Und er hat gesagt, Sie sind aber viel zu schnell. Herr Magister, haben Sie das eigentlich gehabt? Sag ich, ja, 100 Prozent. Ja, wissen Sie, wie schnell Sie gefahren sind? Sag ich, ja, Sie haben alles Recht erwähnt, mich zu strafen. Ich zahle Ihnen alles, aber ich brauche noch meinen Führerschein. Gibt es eine Möglichkeit? Können Sie mir helfen? Er hat gesagt, ja, dann muss ich halt alle Augen zudrücken und haben Sie Geburtstag heute oder wie stellen Sie sich das vor? Sag ich, nein, vielleicht habe ich ja Glück. Du hast ja auch in deinem Buch geschrieben, dass die meisten Leute zu viel reden, also in einem Verkauf und zu wenig auf den Kunden eingehen. Kannst du da was sagen? Weil ich finde, das ist auch eine wichtige Lektion, die jeder eigentlich einmal ein bisschen verstehen sollte auch. Ja, also ich habe ja mittlerweile schon über, also sicher 30 Branchen trainiert. Da jetzt irgendetwas, jetzt ein Beispiel zu kreieren, ist vielleicht ein bisschen unseriös, weil jede Branche ein bisschen anders ist. Aber, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Frau hernehme und ich möchte ihr verkaufen, dass wir Pizza essen gehen und sie möchte mir verkaufen, dass wir chinesisch essen gehen, dann geht es schon darum, dass ich jetzt erst zuhöre und nicht ihr das reindrücken, was ich möchte. Das ist das Hauptproblem von einem Verkäufer. Der hat einen Druck von der Firma oder einen Druck von existenzieller Druck, dass er jetzt zu dem Kunden hingeht und sagt, ich erkläre dir das jetzt mit Argumenten und 1, 2, 3, 4, 5 und ich verkaufe dir, woran ich glaube. Das ist ein Blödsinn. In Wahrheit geht es darum, was braucht der Kunde, dem richtig zuzuhören und der verkauft sich das ja eh selber. Ich muss nur wissen, wann er, ich muss den richtigen Zeitpunkt erwischen und das ist von Kundentyp zu Kundentyp anders. Der eine kauft es gern schnell, der eine braucht wirklich Zeit, der muss sich das überlegen. Der Dritte sagt, hm, begleite mich durch diesen Kaufprozess durch und generell ist in meiner Beobachtung, wenn ich selber was kaufe, dass die Verkäufer zu viel argumentieren und zu viel über das reden, was sie selber glauben, das bringt halt dem Kunden nichts. Und die Lösung ist halt immer Fragen stellen. Die Lösung, wie ein Therapeut, die Lösung ist immer Fragen stellen, die Lösung ist immer zuhören, dass der Kunde selber draufkommt, was er braucht. Weil der Kunde weiß nicht, was er will, weil sonst hätte er es ja schon gekauft. Und der Kunde weiß meistens, auch nicht, was er braucht. Und wenn ich ihm da zur Seite stehen kann, wenn ich ihm da helfen kann, eine richtig gute Entscheidung zu treffen, dann ist mir der Kunde dankbar. Und ein schlechter Verkäufer bedankt sich beim Kunden. Sagt, danke, dass Sie gekauft haben. Danke, dass Sie bei uns im Lokal waren. Oder zum Beispiel, jetzt im Restaurant, wenn er sagt, danke, dass Sie gekommen sind, dann denke ich mir immer, das ist irgendwie ein Loser. Ein guter Restaurantleiter sagt auch nicht danke. Der sagt, hat es geschmeckt? Hat es Ihnen gefallen? Kommen Sie wieder. Und nehmen Sie Ihre ganze Familie mit. Es gibt ja da im Profiling auch eine ganz spannende Sache. Ich weiß nicht, kennst du die Pinocchio-Regel? Hast du von dir schon was gehört? Nein. Dass jemand, wenn jemand unehrlich ist, das hat ein FBI-Profiler und ein Unterhändler bei Geiselverhandlungen gesagt, dann fangen die da schwafeln an und erzählen zu viel. Also die geben keine klaren Antworten, sondern die bauen dann die Antworten irrsinnig aus und blähen das irrsinnig auf und daran merkt man dann auch, es wäre ehrlich oder nicht. Und ich denke, dass das... Ja. Nicht nur ehrlich, schuldige, dass ich unterbreche, mir ist da jetzt gerade was Tolles eingefallen. Nicht nur ehrlich oder nicht, im Verkauf ist es so, bist du richtig selbstbewusst, dann brauchst du nichts argumentieren. Die meisten glauben, Selbstbewusstsein ist, wenn ich viel rede und wenn ich viel argumentiere, nein, genau das Gegenteil. Selbstbewusst heißt, zum Beispiel bei der Frage, das ist zu teuer. Die meisten fangen an zum Argumentieren und schauen sich und das und das ist gar nicht teuer, weil es rentiert sich. Nein, nein, nein. Das ist zu teuer. Die richtige Antwort ist, stimmt. Ist viel Geld, wollen sie es haben? Und Selbstbewusstsein ist ja nicht Egoismus, oder wie siehst du Selbstbewusstsein? Weil viele, viele Klienten habe ich immer das, wenn ich sage, steh zu dir und die glauben dann, sie sind egoistisch deswegen. Wie siehst du das? Na gut, das ist ein Glaubenssatz. Du darfst ja nicht an dich denken, du musst ja an mich denken. Es sind meistens irgendwelche Rollkonflikte in der Familie, wo da irgendwas verdreht worden ist. Selbstbewusstsein heißt, ich bin mir selber bewusst, was ich kann und was ich nicht kann. Und was mein Produkt kann und was mein Produkt nicht kann und was meine Firma kann und was ich nicht kann. Selbstbewusstsein heißt nicht Arroganz. Selbstbewusstsein heißt nicht Egoistisch. Also, wenn ich selbstbewusst bin, dann weiß ich, wie weit ich gehen kann und wenn ich mir selbst vertraue, dann tue ich das, was ich sage. Und wenn ich immer das tue, was ich sage und immer das tue, also immer wieder, immer wieder, immer, dann bin ich selbst sicher. Und am Ende des Tages ist das, was du, Oliver, bei mir kaufst, wenn du mir was abkaufst, ist es meine Selbstsicherheit. Im Englischen gibt es diesen Begriff Certainty. Da gibt es sehr viele Untersuchungen. Was ist es, was der Kunde kauft, wenn ein Mensch zwischengeschaltet ist? Es ist die Selbstsicherheit zu dem, dass du das brauchst. Und ich merke das bei meiner Tochter. Meine Tochter sagt zum Beispiel gestern, Papi, ich bin noch nicht müde. Ich möchte noch nicht ins Bett gehen. Da wird ja oft diskutiert, wie weit kannst du ein Nein vom Kunden akzeptieren? Was heißt ein Nein? Ein Nein muss ich akzeptieren, klar. Aber ist es wirklich ein Nein? oder braucht der Kunde was anderes? Meine Tochter habe ich gesehen, weil sie Augen gerieben hat und ich habe beobachtet, sie ist einfach hundsmüde. Sie sagt aber, nein, sie möchte nicht ins Bett gehen. Ich verkaufe ihr aber, dass sie mir jetzt schlafen gehen. Wie? Indem ich sage, indem ich das Gefühl der Selbstsicherheit habe, dass Schlaf für sie wichtiger ist als alles andere. Und ich sage, Mimi, ich weiß, dass du jetzt noch nicht ins Bett gehen willst. Hör zu, wir gehen trotzdem. Weißt du, was ich sage? Okay, Papi. Funktioniert nicht immer, aber sicher 70%. Aber das geht nur, wenn ich selbstsicher bin. Wenn ich mir nicht sicher bin, dann spiele ich mich aus und dann müssen wir noch irgendwas spüren. Äh klar. Das ist ja leider das, was ich, oder leider, das beobachte ich ganz häufig bei Klienten, die so Troubles in der Familie haben. Also wo es sagen, Kinder sind undiszipliniert oder gehen nicht in die Schule oder wollen das nicht. Und das sind sehr, in sich sehr, sehr, sehr zittrige Leute, sehr unsichere Leute, die selber nicht gescheit im Leben stehen. und da gehört einfach, auch bei, nebenbei, ich möchte jetzt nicht Kinder und Hunde vergleichen, aber bei Hundebesitzung genau dasselbe. Doch. Die undiszipliniert ist. Du musst in deiner Kraft stehen und du musst da klare Anweisungen geben. Und dann läuft das auch. Weil es klingt jetzt so, und das ist ja der Unterschied, wenn du redest mit deiner Tochter, stehst du in deiner Kraft und bist nicht selber unsicher und, naja, vielleicht hat sie recht oder nicht, sondern du weißt, also du stehst zu dir und du bist ja da in deiner Kraft und das ist was ganz Wesentliches, denke ich. Nicht immer. Also ich bin nicht immer in meiner Kraft, manchmal bin ich unsicher und dann spiegelt sie mir meine Unsicherheit und da ist nicht das Kind deppert oder sie will nicht. Nein, 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 nein. In dem Moment habe ich ja eine Führungsrolle und ich führe sie in ihr Potenzial, ich führe sie dorthin, was für sie gut ist und es ist eine riesige Verantwortung. Das muss man nämlich wissen, was für sie gut ist und das funktioniert halt auch nicht immer, wenn man selber vielleicht einen Stress hat oder selber gedanklich woanders ist und deswegen muss man in Wahrheit schauen, jeder für sich, wie er oder sie in ihre Kraft kommt. Das ist nicht leicht. Es klingt auch so, als wäre so deine Tochter so ein bisschen Coach von dir jetzt auch, also man lernt ja damals, Ja, mir sicher. Na klar. Natürlich sehe ich, mir wird an ihr bewusst, was ich nicht kann oder was ich noch lernen muss und deswegen habe ich auch das Buch ihr gewidmet, weil ich habe, und ich sage das sehr oft, ich zeige dir, was ich kann, mehr kann ich nicht und ich kann da was vorgeben, aber nur, wenn ich selber kann und den Rest lerne ich von dir, ich lerne so viel, jeden Tag lerne ich von ihr irgendwas. Papa, ich schaffe das schon, Papa, ich kann das schon. Ah ja, genau, ich habe ihr was nicht zutraut. Ui, ich bin ja der Loser. Und ich sage, Papa, ich mache dir keine Sorgen. Ich kann das schon. Da denke ich mir, ui, da kann ich lernen, nämlich ihr was zuzutrauen. Also, du hast in deinem Buch noch ein wunderbares Wort, das mir sehr gut gefällt, das ist die Bequemlichkeitsverblödung. Möchtest du da ein bisschen was drüber sagen? In unserer Gesellschaft ist es ja toll, weil wir lernen ja, Arbeit ist was Schlechtes und wir gehen arbeiten und schauen, ob Arbeit ganz kurz ist und dann am Abend gehen wir nach Hause und tun uns was Gutes und setzen uns vor den Fernseher und trinken ein Bier oder essen Cheaps oder essen, der Klumpert. Das ist mir nie sinnvoll erschienen und ich habe ein Versuchsexperiment gemacht mit meiner Frau, dieses Toyota-Prinzip anzuwenden also bei uns zu Hause. Also, wie ist es zum Beispiel, wenn man keinen Fernseher hat? Wie ist es, wenn man kein Fleisch isst? Wie ist es, wenn man keine Uhr trägt? Wie ist es, wenn man kein Auto hat? Das haben wir ausprobiert und sehr erfolgreich und wir sind draufgekommen, dass wir eines geschafft haben, mehr Zeit für uns dadurch. Ja, wir streben meistens nach bequemen Lösungen und wenn du nach bequemen Lösungen strebst, verlierst du den Fokus auf dein Potenzial und das ist in unserer Gesellschaft überall, überall so. Also, die Botschaft ist, schau, dass es unbequem ist, dennoch dir es Spaß macht. aus meiner Sicht geht so Erfolg. Also, du musst da durch dieses Tal der Schmerzen durch, durch dieses Tal der Unbequemlichkeit durch und dann bist du befreit, weil dann brauchst du nichts mehr und am Ende des Tages bist du dankbar für jede Sekunde, die du lebst. Man weiß einmal, dass man weiß, was man nicht braucht und nicht das, was man braucht, was ja in unserer Gesellschaft ist, was brauche ich, um glücklich zu sein? Man glaubt ja immer, man muss was haben. Also, siehst du das auch so? Ja, ich merke das bei meiner Tochter, wenn ich sie abhole und dann gegenüber ist das Spaß, wie ich mir irgendwas kaufe. Weil sie das bei anderen Kindern auch sieht und wir haben sie auch viel zu viel verföhnt und ich habe gesagt, Mimi, wir brauchen nichts, wir brauchen zwei Hände. Wir brauchen leere, zwei leere Hände und zum Geburtstag und in der Quarantänezeit sind wir natürlich nicht einkaufen gegangen und sie hat einen Geburtstag gehabt und ich habe gesagt, Mimi, wir gehen zum Toys R Us, ich verspreche dir, weil sie wollte immer was kaufen, immer was kaufen, so Hefterl und so Figuren und solche Sachen und ich habe gesagt, ich verspreche dir, ich gehe mit dir zum Toys R Us und du kannst dir kaufen, ich kaufe dir, was du willst, aber nur, was deine zwei Hände tragen können. Da hat es halt nur zwei Sachen gekauft. Die waren riesengroß, keine Sorge, aber wer mochte denn das? Weil die meisten sagen, na, geh dort nicht hin, weil du verwirrst dein Kind. Nein, sie muss lernen, dass du eigentlich nichts brauchst im, du brauchst gar nichts im Leben. Das Einzige, was du vielleicht brauchst, ist deine Gesundheit, weil sonst macht das Leben keinen Spaß. Wobei auch das, wenn du krank bist, auch da kann man sehr viel lernen. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas brauche. Ich habe aber sehr viel, ich kann mir sehr viel kaufen und ich habe auch sehr viel gekauft, also für meinen eigenen Konsum, aber ich weiß nicht, ob das alles überhaupt notwendig ist. Ich denke, das ist auch ganz, ganz ein wichtiger Punkt, dass man eben auch, eben wie gesagt, also dass man, dass man das einmal lernt, dass alles in einem selber drinnen ist und dass Kreativität und Inspiration einfach ein gewisses Vakuum immer brauchen. Und wenn man dann immer den Fernseher anschaltet und sich berieseln lässt mit irgendwas, dann ist das, dann halte ich das für sehr kontraproduktiv. Genauso wie Radio und da wird immer nur geschwafelt und wieder dasselbe geschwafelt und das ist wie ein Brainwashing eigentlich. Und das finde ich sehr unvorteilhaft. Und bei mir war ja so der Punkt der, wie ich dann zu schreiben begonnen habe oder auch Stücke zu schreiben begonnen habe, da habe ich mal gelesen, naja, willst du dir fertige Träume von anderen anschauen und das konsumieren oder lebst du deine eigenen Träume oder schreibst du deine eigenen Träume nieder? Und das war für mich so der Funken, wo ich gesagt habe, meine Güte, wie viel Zeit ich schon verschissen habe mit irgendeinem Zeug und was eigentlich möglich ist. Wenn man sich das bei dir so anschaut, also dann wird das vielleicht auch greifbarer, wie kriegt man so viel unter den Hut, wenn man sagt, man nimmt das Wesentliche und das Wesentliche ist ja für dich auch viel Freude, habe ich das richtig rausgehört, oder der Spaß am Leben dran, also das, was Spaß macht. Sonst mache ich es nicht, sonst mache ich es nicht. Also der Grundgedanke muss Spaß machen, so die Grundvision muss Spaß machen oder mir entsprechen oder mir Freude bereiten, aber der Prozess, das ist jetzt das Ergebnis. Und es kann natürlich sein, dass im Prozess es hart wird und steinig wird und müssen wird, aber auch das muss Spaß machen in irgendeiner Form. Ich sehe das ja auch bei meiner Tochter, sie baut einen Turm. Der Prozess ist lustig, sie ist konzentriert, wenn der Turm fertig ist, das ist das erste Handlung, was sie macht, sie haut ihn um. Und ich sage, nein, hau ihn nicht um, das ist so schön, sie machen sie noch einmal. Das ist ja lustig, der Prozess muss ja lustig sein. Und wie kriegt man das unter einem Hut? Naja, nachdem ich mit meiner Frau hier gemeinsam diese Firma habe oder die Firmen habe, sie hat, am Anfang hat sie mich gehasst dafür, du siehst hier kein einziges Bild hängen bei uns und in der ganzen Wohnung, wir hängen nichts auf, was uns ablenkt von unseren Gedanken, die da reinkommen. Also unsere Wohnung, da hängen sehr wenig Bilder, wenn wir Bilder aufhängen, dann um es zu programmieren, um uns auf irgendwas an den Fokus zu richten. Ich kann es zum Beispiel da eh herzeigen. Zum Beispiel, wir freuen uns jetzt auf Nachwuchs. Also wir haben noch keinen, aber wir haben es zum Beispiel fokussiert, jetzt haben wir da hingeschrieben, das Bild, wir freuen uns auf Nachwuchs. Und das ist unsere Tafel, da schreiben wir halt Sachen, wo wir uns halt fokussieren wollen. Die Kunst ist Aufmerksamkeit. Also wie kriegt man so viel unter einen Hut? Die Antwort ist Aufmerksamkeit. Und zwar auf jeden Moment. Jeden Moment, Stück für Stück, jeden Moment leben, wie er gerade kommt. Und nicht überlegen, was ist morgen, nicht überlegen, was ist am Nachmittag, sondern jeden Moment zu nehmen, wie er ist und den Moment des Lebens ausquetschen. Und dann geht es so viel mehr. Also jetzt sind es drei Firmen, gehen sicher 30 Firmen, gehen sicher. Das heißt nicht, dass ich jetzt 100 Stunden immer an dem arbeite, aber so diese Initialzündungen und einfach indem du wach bist, indem du aufmerksam bist, indem du nichts willst, sondern indem du beim anderen dienst, dich hergibst. Und dann gehen Kinder ganz leicht nebenbei und dann geht Partnerschaft ganz leicht nebenbei. Und natürlich Verschwendung vermeiden. Das heißt, ich habe keine Fixkosten, die ich verschwende, ich habe kein Geld, was ich verschwende, ich habe kein Material, was ich verschwende. Also wir haben kein Papier im Büro, ich habe selber kein Laptop, das ist jetzt mit meinem Handy gemacht. Ich habe, ich esse kein tierisches Produkt, weil das Verschwendung ist, aus meiner Philosophie. Ich habe kein Auto, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad und mit dem Zug, weil das ist Verschwendung. Und in dem Moment, wo ich im Zug sitze, habe ich so viel Zeit wieder, weißt du? Oder am Abend, wenn ich nach Hause komme, es gibt keinen Fernseher. Ich setze mit meiner Frau hin, wir trinken eine Flasche Wein und wir reden sehr intensiv, wir diskutieren auch sehr intensiv und wir genießen einfach jede Minute und ich glaube, um das geht es. Ich bin halt so aufgewachsen, dass das Leben sehr kostbar ist, sehr filigran ist. Wir haben auch schon ein Kind verloren, da merkt man dann, wie kostbar ein Leben sein kann. Und am Ende des Tages ist es Dankbarkeit und schauen, dass man nichts verschwendet. Ich tue mir auch manchmal sehr schwer mit dem Großdenken, weil ich habe schon sehr viel erreicht in diesen ganzen Trainingsbereichen und habe sehr viele Kunden und müsste ja in Wahrheit nicht so viel jetzt arbeiten. Müsste ich nicht. Ich tue es aber gern und die Frage ist, wie denkt man, die Frage ist, wie gehe ich jetzt an diese Sache ran, wie ist jetzt, das meine ich jetzt, soll ich jetzt groß denken, soll ich klein denken, soll ich realistisch denken und ich habe das alles aufgehört. In Wahrheit geht es darum, eine Entscheidung zu treffen. Also eine Entscheidung zu treffen, dass ich dreimal in der Woche ein Rennradl fahren gehe, mindestens 40 Kilometer. Da habe ich eine Entscheidung getroffen. Warum und wieso und weswegen, ist egal. Willst du oder willst du nicht, für dich persönlich. Oder ich habe eine Entscheidung getroffen, ein Kind in die Welt zu setzen. Das hat Konsequenzen. Ich habe eine Verantwortung, mir selber gegenüber, ihr gegenüber. Oder ich habe mit einem Kunden jetzt gesagt, ja, wir machen das. Ich habe eine Entscheidung getroffen, da kann ich nicht einen Termin absagen oder zum Beispiel zu dir. Wir haben vor, weiß ich nicht, vor eineinhalb Monaten diesen Termin jetzt ausgemacht. Ich habe eine Entscheidung getroffen und ich bin da. Und um das geht es. Es geht gar nicht so sehr, wir haben dieses große Ganze. Was weiß ich, was für mich geplant ist oder was ich überhaupt noch denken kann. Mir ist das manchmal zu komplex. Manchmal gelingt es. Manchmal kann ich mir das gut vorstellen. Und manchmal steige ich komplett aus, weil jetzt gerade in der Corona-Zeit, was willst du denn da groß denken? Du hast überhaupt keinen Plan. Und witzigerweise, wenn ich aber eine Entscheidung treffe, dass ich die Verantwortung habe, meinen Kunden durch die Krise zu führen, dann rufe ich einen Kunden nach dem anderen an und es ergeben sich tolle Projekte, es ergeben sich tolle Spaziergänge, es ergibt sich vielleicht nicht so viel Geld. Aber das ist ja wurscht. Das kommt dann eh, wenn es, wenn der richtige Zeitpunkt ist. Und dann kommt viel mehr, als du jemals glaubst. Das ist ja auch was, was glaube ich viele übersehen. Das ist immer dieses, dass man zuerst eben aussehen muss, bevor man erntet. Und dass man immer mehr, also reinbuttern muss, zuerst einmal einen Vorlauf hat und nicht gleich immer schaut, jetzt habe ich das gemacht, was kriege ich jetzt von dir? Ich lerne aus meiner Tochter jetzt gerade am Spielplatz. Wir sind ja sehr viel auf Spielplätzen am Nachmittag. Und da lerne ich ihr, dass es genauso schön ist, etwas zu geben, als etwas zu bekommen. Warum? Einfach so. Warum sollen wir das jetzt machen, Papi? Einfach so. Warum? Weil es Spaß macht, weil es schön ist. Es ist schön, wenn etwas zu geben, ohne etwas zu bekommen. Und du wirst dann belohnt, woher auch immer. Es kommt, 100 Prozent. Und wann nicht in diesem Leben, dann im nächsten. Es ist ja wurscht. Irgendwann kommt es. Und macht es dir eine Freude, einem anderen Menschen etwas zu geben? Aufmerksamkeit zu schenken, ein Telefonat zu geben, den zum Essen einzuladen, dorthin zu fahren. Nein, aber jetzt muss ich nach Bremen fahren. Wer war es? Und nächster, anderer Brener-Kollegen. Wer weiß, ob das was bringt? Sag ich, das weißt du nicht und das weiß ich nicht. Es ist wurscht, mach es trotzdem. Nein, und da haben die Menschen so, im Englischen gibt es dieses tit for tat. Ich tue das und dann bekomme ich das. Das muss man ausschalten. Das geht doch nicht im Leben darum. Aber sehr viele haben nicht die Größe und nicht die Selbstsicherheit oder nicht die Erfahrung, dass das schön sein kann, weil die Eltern, weil die Eltern die gelernt haben, du musst dich durchsetzen. Du musst, du nichts unüberlegt ist. Wenn du das tust, dann musst du ja Geld dafür kriegen. Nein, muss ich nicht. Was kriege ich jetzt für diese Stunde? Gar nichts. Und du auch nicht. Aber es wird wem helfen und dann irgendwo herkommt dann irgendein Anruf oder ein Telefonat oder vielleicht machen wir was gemeinsam. Wir wissen nicht, was morgen ist. Und diese Einstellung ist aus meiner Sicht um die geht's. Schauen wir mal. Hast du ja in Oberösterreich? Schauen wir mal. Das ist die richtige Einstellung. Du setzt dich ja in Eiswürfelwasser, also in Eiswasser rein. Wie oft machst du das und wie bist du auf die Idee gekommen? Also ich mache das zweimal die Woche. auf die Idee gekommen bin ich deswegen, weil ich hatte hier bei meinem Bart so kreisrunden Haarausfall und ich war bei allen möglichen Energetikern, bei allen möglichen und es war alles gut, aber das ist nicht raus, das ist nicht weggegangen. Ich war bei allen Hautärzten, ich war bei allen wie heißt es, Internisten, Blut angeschaut, alle haben gesagt, bumm, voll gesund, alles in Ordnung. Keiner wusste, woher es kommt. So, ich weiß es immer noch nicht, woher es kommt, aber ich weiß, es ist nicht weggekommen. Und da gab es diesen Typen, diesen Iceman, den William Hoff, der hat ja alle Weltrekorder gebrochen, der ist am Himalaya gegangen, also nackt und hat sich zwei Stunden ins Eiswasser gestellt und und dann habe ich gedacht, das ist so skurril und ich hatte immer Angst vor Kälte oder nicht Angst, es war ungut. Ich war immer warm, ich war immer ein bekennender Warmduscher. und dann habe ich das einmal ausprobiert im Bach in Oberösterreich, da kam man so am Bach zu Hause und der hat immer so zehn Grad, wird der wärmer und das war irgendwie cool. Dann habe ich das halt immer weiter gemacht und habe diese Ausbildung gemacht bei William Hoff und dann machst du zuerst Atemübungen, wo ich mittlerweile drei Minuten die Luft anhalten kann und wo in diesen drei Minuten was Magisches passiert, du alignst dich, also Körper, Geist, Seele kommt in Reihe und Glied auf Knopfdruck. Ich habe mich so schwer getan beim Meditieren. Ich kann nicht meditieren, ich hasse meditieren, ich mag es nicht. Ab und zu mache ich es, ja, beim Laufen oder beim Radl fahren oder unter Duschen, ich bin nicht der Typ dafür. Aber, wenn ich drei Minuten die Luft anhalte, sprich, keine Luftzufuhr, das ist ein Prozess, da bist du, das ist wie Fliegen, das ist irre. Und dann gehe in das Eisbad und versuche halt meine Atmung zu kontrollieren und dann bist du richtig bei dir und am Anfang gehen halt ein Minuten, dann zwei Minuten, jetzt gehen mittlerweile 15 Minuten bei einem Grad. Und das kann jeder, du musst nur wissen wie, das gibt ja eine gewisse Atemtechnik, hat nichts mit Denken zu tun, das ist nur Körper und das ist befreiend und da schöpfe ich die Kraft her und ich habe seitdem keinen Muskelkater, bin nicht übersäuert, brauche weniger Schlaf, Zug weniger aus, wenn irgendwas ist und das ist viel, wenn du Kinder rund um dich hast und Firmen betreust und Mitarbeiter hast und Kunden hast, dann kann man sehr leicht seine Kontinanz verlieren und das passiert mir seitdem nicht mehr. Verdauung ist besser, also alles. Wim Hof ist eine spezielle Methode, kann jeder, kann jeder, ich habe es meiner Tochter gelernt, sie geht auch ins Eiswürfelbad, aber nicht so lange, man sagt, du musst aufpassen, dass sie nicht krank wird, nein, bei uns ist niemand krank, wir sind auch nicht geimpft, wir kennen keinen Arzt, meine Tochter hat noch nie einen Arzt gesehen, sie ist bei uns zu Hause auf die Welt gekommen, das macht alles die Natur, man glaubt es kaum. Es ist wieder, wir sind bequem, wir kriegen das zur Verfügung gestellt, das gibt es auf Rezept und da gibt es Gesundheit auf Rezept und das ist halt oft, oder man merkt erst einmal, wenn man selber was hat und du hast selber, erzählt jetzt durch diesen kreisrunden Haarausfall bei dir, wenn man selber was hat und man kommt drauf, dass alle anderen auch nur raten und eben kein Patentrezept für etwas haben. Natürlich kann dabei helfen, aber letzten Endes musstest du dann entscheiden und auch machen und das ist ja wieder die Eigenverantwortung. Ja, die meisten Berater raten und sind kein guter Ratgeber in dem Fall und wenn du selber die Verantwortung hast, hast du selber auch die Antwort, die ist ja in dir, du musst nur da hinfinden und die meisten geben halt die Verantwortung ab und das passiert täglich bei Kundengesprächen, beim Teamgesprächen, bei Mitarbeitergesprächen. Es ist viel leichter oder es scheint leichter, die Verantwortung dem anderen zu geben oder die Schuld zu geben und das passiert ja jetzt. Das ist ja damals im Zweiten Weltkrieg passiert, das passiert ja jetzt wieder. Corona ist schuld. Wir reden jetzt über ein Virus, der eigentlich gar kein Virus ist, aber sagen wir heute, es ist ein Virus, weil wir es eh nicht wissen, wir sind ja keine Experten, aber keiner redet über Gesundheit, keiner redet über das Immunsystem, keiner redet über die, wo sitzt das Immunsystem? Weiß ja keiner, dass es im Darm sitzt, weiß ja keiner, dass du deinen Darm wunderbar sanieren kannst, wenn du einfach nur Obst und Gemüse isst. Ich mache das zum Beispiel. Ich esse seit 10 Jahren schon vegetarisch, aber seit Februar in der Fastenzeit mache ich ja schon diese pflanzlichen Experimente und das, meine Verdauung ist Picobello. Und deswegen ist der kreisrunde Haarausfall und wenn du durch diesen Kälteschock den Körper so schockst, dass die ganzen Gliedmassen quasi fast absterben, das wird ja alles blau, weil bei 0 Grad oder bei 1 Grad geht dir das ganze Blut zu den Extremitäten und wenn du 10 Minuten oder 15 Minuten in diesem Eis fahrt, dann hast du das ganze Blut bei Herzen und bei den inneren Organen. Und wenn du dann raussteigst, schießt du das Blut durch und das ist der Booster für das Immunsystem und deswegen werde ich nicht krank. Aber über das redet ja keiner, weil das ist ja Blödsinn und das ist ja wissenschaftlich bestätigt von William Hoff, der arbeitet mit Unis zusammen, um das ganze zu beweisen, hat es auch schon bewiesen. Aber die Verantwortung abzugeben und zu sagen, naja, der McDonalds ist schuld, dass er sowas verkauft, seinen Dreck oder der, weiß ich nicht, der Gesundheitsminister oder die Politik ist schuld. Politik ist nicht schuld. Das sind Sklaven ihres Berufsstandes, die können nichts dafür. Der Politiker ist nicht schuld, sondern es ist jeder verantwortlich für das, was er isst, was er tut, was er denkt, wie er handelt, wie er sich ernährt. Die meisten wollen das halt nicht und beschweren sich lieber. Sehr einfacher, Wenn du jetzt sagst, okay, du hüpfst da in das ein Grad kalte Wasser, dann wirkt das halt sehr extrem. Aber das ist das Spannende, ich habe vor Jahren mal so ein, über schamanische Therapie, da ging es um die amerikanischen Ureinwohner, gelesen und die haben Krebskranke, also auch westliche Leute, die zu ihnen gekommen sind, in Bäche reingelegt, also in das eiskalte Wasser und haben das dann fließen lassen und hatten super Erfolge bei der Tumorentwicklung. Was machst du, damit du auf neue Sachen drauf kommst? Das ist eine super Frage. Du, das ist ein Prozess, in Wahrheit geht man meistens irgendwas auf die Nerven und ich möchte das ändern und ich komme dann einfach nicht weiter und dann recherchiere ich weiter und recherchiere ich weiter, aber ich weiß gar nicht, ob es um die Recherche geht, ich glaube, aber es geht eher um die Erfahrungen. Ich pfeife mir nichts, ich probiere alles aus. Ich probiere alles aus. Ich habe ausprobiert in der Ernährung Kohlenhydrate weglassen, ich habe ausprobiert vegetarisch, ich probiere einfach irrsinnig gerne Sachen aus, wenn ich möchte wissen, was bringt mir einen großen Effekt. Und wenn ich den habe, zum Beispiel Feuerlauf, das war auch sowas, meinen Feuerlauf-Trainer kennengelernt, das war vor 20 Jahren, wie ich bei der Versicherung gearbeitet habe und dann habe ich das auch angeboten in meinen Seminaren über die 600 Grad Kohlen zu laufen und das ist nichts Schamanisches oder nichts Hokus-Pokus, das ist was Energetisches, da kriegst du Kraft, wenn du da rüber gehst, das ist einfach Adrenalin pur. Und genauso ist es mit den Eiswürfeln oder es gibt ja, das ist ja nur für mich, ich sage ja nicht, dass jeder so ein Eiswürfel baden, aber wobei, was ist denn, wenn ein Kind hinfliegt und haut sich die Zähne an, was tut man denn automatisch? Tut mir sofort einen Eiswürfel auf. Also auch das ist interessant. Ich möchte ja gar keine Ideologie, sondern ich möchte einfach aufrufen, probiert es einfach irsehnlich viel aus. Die meisten probieren nichts aus, weil sie Angst haben, das könnte ihnen ja helfen. Aus meiner Sicht wollen Leute Probleme haben, also sie wollen ja nicht die Probleme lösen. Und ich will ein Problem lösen und dann will ich noch ein Problem lösen und möchte eigentlich ganz große Probleme haben und wirklich ganz große Lösungsschritte machen in meinem Leben. Ich bin einfach ein Fan vom Entwickeln und Weiterkommen und Gas geben. Das kommt aus einer tiefen Dankbarkeit im Leben. Das haben vielleicht nicht alle, müssen auch nicht alle, aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, es geht um die Erfahrung. Ich bin einfach, ich möchte einfach viele Erfahrungen machen, weil ich weiß, dass mein Leben irgendwann einmal enden wird. Ich habe das einmal bei einem Vortrag gesagt, ich habe gesagt, du wirst sterben, so wie mein Vortrag angefangen, weil ich habe mich vorgestellt als Motivationstrainer und das möchte ich nicht, weil ich motiviert jemanden. Und die haben wir aber nicht locker lassen, weil ich das unterrichte. Und ich habe angefangen und gesagt, der größte Motivationsspruch aller Zeiten ist, also willst du motiviert werden? Willst du motiviert werden? Größter Motivationsspruch, du wirst sterben. Und das Schöne daran ist, du weißt nicht wann und mach doch die Erfahrung. Probiere ins kalte Wasser zu springen, es ist einfach cool. Diejenigen, die das gemacht haben in meinem Umfeld, ich habe sehr viele angesteckt, die sind dabei geblieben. Der Effekt hat ungefähr eine Woche an. Das Immunsystem ist unschlagbar, unzerstörbar, weil die ganzen Körpersäfte fließen, weil die Blutkörperchen, da tut es sich einfach so viel, ich bin jetzt kein Experte, aber schaut es nach. Wim Hof ist dieser Typ und hat auch Krebs geheilt dadurch. Ich weiß nicht, ob er jeden Krebs heilt, aber er hat sehr viel geholfen und er selber hat seine Frau verloren und hat vier Kinder gehabt und hat nicht gewusst, wie er mit dem Stress umgehen soll und ist auch nur durch Zufall draufgekommen in dieses kalte Wasser. Ich habe angefangen mit Kaltduschen, und dann habe ich mich in die kalte Badewanne gesetzt. Jeder hat gesagt, du bist ja verrückt, du bist ja Depp. Ja, mein Gott, nein, sollst du es halt glauben. Und ich habe dann sogar ein Facebook-Video dann gedreht, wo dann auch noch mehr gesagt, und du hast den Schoß und Ding, sage ich, ja, aber vielleicht zünden dir ein paar Leute an und ich dokumentiere ja nur, was ich mache. Ja, vielleicht hilft es. Lieber Markus, abschließend jetzt mal, wie kann man dich erreichen, wie kann man dich kontaktieren, wie kommt man zu dir? Gibt es Homepages? Wie komme ich an dein Buch? Was gibt es da für Wege? Also, wenn ich irgendein Buch haben möchte, ich verlose hiermit sofort fünf Exemplare. Einfach mir schreiben und ich schicke das kostenlos zu. Es gibt auch eine Hör-CD, es gibt auch ein Hörbuch auf, wie heißt es, nicht Podcasts, gibt es auch, aber ein Hörbuch auf Kindle, doch Kindle gibt es auch, es gibt alles, Markus Kutscheber, MarkusKutscheber.com, MrVerkauf.com, auf jeder Plattform, Google macht es möglich, einfach eingeben oder über deine Seite. Ja, und ich verlinke es auch unten bei der Beschreibung des Videos, also, wer ein Buch gewinnen möchte, bitte einfach an den Markus schreiben und ja, es ist ein wirklich sehr lesenswertes Buch, das mich auch durch diesen Lockdown und das Arbeitsverbot gebracht hat, mit vielen Positiven. Was war denn für dich, was war denn für dich, Oliver, du bist ja da so in dieser Energetikerszene drinnen und hast ja so viel Wissen und so viel Anwenderwissen, was war denn für dich die Essenz von dem Buch? Dieses Freche, was du erwähnt hast, hat mir sehr gut gefallen. Also, dieses, sei authentisch, scheiß da nix, also, sehr, sehr grob gesagt und weiß was und weiß immer, was du willst. Man soll immer wissen, was man selber will und dann läuft die Sache. Also, das ist für mich so mit die Essenz des Buches. Schön. Schön. Also, das habe ich rausgelesen. Und ich muss wirklich sagen, ich habe ja natürlich auch berufsbedingt viel schon Lektüre gelesen in dieser Richtung, aber selten ein Buch, das sich so leicht und so flüssig liest und wo man das Gefühl hat, man möchte einfach weiterlesen und das raucht einem der Kopf und diese, ich nenne es jetzt Beschlagwortung oder was du drinnen hast, wenn wir ein paar Worte jetzt auch erwähnen im Gespräch, also, das ist mir sehr im, also, das ist mir sehr leicht reingegangen, muss ich sagen und das war sehr praxisnah und das hat mir gefallen. Schön. Ich bin ja dankbar, dass das wer liest. Die meisten kaufen sie und lesen sie nicht oder ich schenke es her und sie lesen sie nicht. Deswegen habe ich das Hörbuch gemacht, das gibt es ja auf, nicht auf Amazon, wie heißt das, Apple und, also Hörbuch, ich habe das Buch ja gelesen in acht Stunden, also selber vorgelesen, meine Frau, Kindle, na Kindle ist die Online-Version. Da merkt man wieder, wie erfahren wir gerade sind in dem Ding, jetzt stehen wir da wie die Nockerbatzeln. Aber ich werde das jetzt einfach, ich werde das recherchieren, sobald wir aus sind und werde das reinblenden, also was wir da jetzt, dann wissen wir das auf jeden Fall. Lieber Markus, herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast auch Freude daran gehabt und vielleicht wiederholen wir das ja wieder mal oder wir machen wirklich mal was gemeinsam. Würde mich freuen. Sehr gerne. Ich finde es schön, Oliver, dass Verkauf spirituell sogar gesehen werden kann. Ich finde das nämlich auch so, dass das sehr was Ehrenhaftes ist, einem Menschen zu dienen. Ich finde auch das toll, dass du an mich gedacht hast und ich finde deine Plattform gut. Deine Videos schaue ich mir zum Beispiel sehr oft an. Ich finde deinen Content, mit dem kann ich sehr viel anfangen, kann das nur weiterempfehlen und freue mich auf das, was passieren wird. Ebenso. Also alles Liebe und bis nächstes Mal. Tschüss, Baba. Ciao.